Letzte Folge gab es Ronaldo Team of the Season aus unseren Ultimate Hots Rang 1 Rewards. 50 Tage haben wir heute vollendet, rein geht's in die Finale, letzte Folge unserer Pacto Glory. Und hier ist das Team, was für uns nach der letzten Folge Bau und Cotton sieht richtig, richtig gut aus. Natürlich mit Ronaldo vorne drin, ganz klar mit Roten Balverde, Roten, Rodrigo, Giroud, Foden, Koulibaly, 33 Chemie. Die Abwehr vielleicht mit Lahm und Tumori noch minimal verbesserungsfähig, aber deswegen ist ja auch die heutige Folge nochmal da. Wenn ihr diesen Account und dieses Team mit Tauschbar Ronaldo, Tauschbar, Deck den Weiß, gewinnen wollt, schreibt einfach in die Kommentare, Hashtag, ich will den Account und euer Instagram Name. Ihr müsst mir einfach nur auf Instagram folgen, da heiße ich genauso wie hier, Tim Latka, weniger überraschend. Und dann los ich einfach einen aus, aus den YouTube Kommentaren. Ich schreibe euch an und dann müssen wir die E-Mail kurz überarbeiten, die es das hier in ist. Und dann kriegt ihr den Account for free. Ich dachte, das ist ganz cool, um das Ganze so ein bisschen zu krönen. Ihr habt wirklich auch gut unterstützt, die ganze Serie. Das hat mir großen Spaß gemacht und deswegen einfach rein damit in die Kommentare. Und ihr seid mit dabei und seid mit in der Verlosung, den Account zu bekommen. Da habt ihr nicht nur ein sehr gutes Team, im Zweifel sehr viele Münzen, sondern ihr habt natürlich auch einfach diesen Style-Faktor, weil es ist halt der von der Serie. Es ist was ganz Besonderes und ich hoffe, ihr haltet den in Ehren, wenn ihr gewinnt. Aber davon gehe ich aus. In der Zeit, ihr seht, ich habe einige 85 plus Picks immer mal wieder mitgenommen. Einige Zimmer 30 plus Picks vorbereitet. Die habe ich, wie gesagt, jetzt dann heute für die Folge alle geöffnet. Wir hatten sogar schon zwei Ultimate Tots mit Stamway. Im Normalfall sieht man ja wirklich diese Woche sehr wenig Tots-Karten. Das ist so ein bisschen, ja, wird jetzt auch Zeit, dass Tots durch ist. Bin mal ehrlich. Also ich bin froh, dass es auch die letzte Folge ist. Wir haben eigentlich nicht mehr so viel zu upgraden. 50 Tage, das passt halt. Jetzt ist es halt so ein bisschen dann so. Was sollen wir jetzt großartig noch machen? Unser Team ist so gut. Wir müssen jetzt ja wirklich schon die allerbesten Tots ziehen. Selbst so eine Stamway bringt mir halt nichts, die überragende Werte hat. Denn wir haben halt schon beispielsweise Rodri und Valverde, die einfach mit die beiden besten Sechser sind im gesamten Spiel. Das war so ein bisschen schade. Man hat halt diese Woche auch kaum High-Rated-Karten bekommen, um halt SBCs nochmal zu craften. Also, weil du hast halt gefühlt ja nur Savio, Schlotterbeck und Aldewareleid, so als schlechte Tots, sag ich mal. Die ziehst du halt vielleicht hin und wieder mal, aber jetzt halt auch nicht andauernd aus dem Zimmer drehen. Ich weiß nicht, wie es bei euch war. Aber viele, 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 viele Upgrade-Packs und Picks, die man gemacht hat, waren halt einfach nur Goldkarten. Und es gab diese Woche auch keine Premium-Upgrade-Packs. Sonst hätte ich euch dazu nochmal ein Video gebracht. Und von daher konnte man sich gar nicht mehr so viel machen. Und man hatte gar nicht so eine hohe Möglichkeit, nochmal wirklich zu grinden. Die 81-Plus-Picks sind dann auch eine Katastrophe gewesen. Da sind wir uns ja, glaube ich, alle einig. So war es so ein bisschen das Ende. War für mich persönlich so minimal enttäuschend. Mein Ziel war, vor dieser Folge die 155 von zu machen. Das heißt, ein Ultimate-Tots noch zu kriegen. Drei insgesamt. Das ist schon ambitioniert. Wir hatten schon echt fix jetzt zweimal Standway. Und wichtig auch noch für euch, gibt es natürlich nicht nur ein Menü, am Ende auch noch ein bisschen Gameplay. Das habe ich euch versprochen in der vorletzten Folge. Dass man natürlich auch mit Ronaldo ein bisschen zockt, dass ich euch auch noch ein bisschen Feedback geben kann. Denn ich war auch sehr hyped, nochmal mit CR7 natürlich ein bisschen zu spielen. Aber dazu gleich mehr. Nebenbei habe ich die ganzen garantierten Team-of-the-Season-Packs gemacht. Das hat sie natürlich angeboten. Ich musste allerdings fairerweise immer mal wieder einige Tots-Karten abgeben. Unser Verein war zum Glück brechend voll. Wir haben unser Main-Team jetzt gefunden. Und dann konnte ich halt jetzt auch mal andere Karten abgeben, wie mal so ein Ferguson-Tots. Wir haben mal so Albers-Tots abgegeben, die 88er-Rating-Karte. Medina konnte ich jetzt wieder direkt abgeben. Und so habe ich halt nach und nach jeder einzelne von den Top-5-Ligen, also La Liga, Premier League, Serie A, Bundesliga und League O, habt ihr gerade schon gesehen, habe ich nochmal jeweils das garantierte Pack mitgenommen. Das war natürlich ganz cool, dass es das gab. Und wir hatten ja auch tatsächlich über das garantierte Pack ordentlich Lack gehabt. Aus der Premier League hatten wir Rodri. Spricht da für sich. Das heißt, ich hatte gehofft, das ist ja sogar einer, der in unserem Main-Team ist, dass wir vielleicht nochmal so einen richtigen Kracher-IV ziehen. Sowas so wie Bastoni, Van Dijk, Rüdiger, Achraucho. Irgendwie so halt in der Art, Rüdiger wäre natürlich mit Abstand am besten gewesen. Aber ihr habt es gesehen, aus La Liga war es, ja, war leider kein Rüdiger drin, weil das wäre natürlich top gewesen für die ganzen Realkarten. Oder Theo Hernandez wäre auch super gewesen, um dann auf Dauer natürlich zum Beispiel Giroud auch gut zu verlinken. So, seht ihr auch einige Packs, wo wir einfach nur Goldkarten drin hatten, wo wir teilweise auch, ja, dann aus so einem 3x85 plus so 2x86er ziehen. Das war schon, also seid euch sicher, das wird die nächsten Wochen auch wieder besser, wenn die EM-Promo am Start ist. Es gibt ja auch einen richtig geilen Season-Pass und da gibt es natürlich auch wieder fleißig Content-Packtory. Wird es, denke ich, dieses Jahr aber nicht mehr geben, das wollte ich euch vielleicht auch nochmal direkt sagen. Das Format spart mir ich immer so ein bisschen aus, so für einmal im, für, so für einmal im Jahr. Wir werden mit Sicherheit wieder ein anderes cooles Projekt machen. Ich habe ja dieses Jahr jetzt schon so 3, 4 von solchen Projekten gemacht, wir hatten ja Weg zum Rang 1, wir hatten das EM-P-Projekt und jetzt die Packt to Glory. Hier haben wir jetzt den 155. Tops gezogen, sehr, sehr nice. Da war ich sehr happy und ich habe natürlich gehofft, dass es nicht Stanway ist. Wir hatten ein Meet vorne und drauf, also sogar ein Doppel-Walkout endlich mal wieder und dann ist Riyad Mahrez reingelaufen. Haben wir nicht und dadurch, dass ich ja Koulibaly habe und Ronaldo, gar nicht so verkehrt. Der Mann ist auch Tots plus, also sie sind irgendwie alle Tots plus aus der Sauri Pro League, was natürlich das Verlinken nochmal deutlich einfacher macht, auch von Ronaldo, ganz klar. Und wir haben einfach nochmal einen weiteren Flügelspieler. Er kann leider, glaube ich, nur rechts spielen. Das heißt, da ist mit Rodrigo natürlich schon jemand, der noch besser ist. Das ist halt so ein bisschen, woran man merkt, die Serie sollte sich jetzt dem Ende neigen. Man zieht einen Riyad Mahrez Tots und man kann ihn halt nicht upgraden. Der bringt mir halt kaum was für das Team. Das finde ich dann immer so ein bisschen schade. Hier ist es halt auch so. Also, ja, wir versuchen halt einfach unser Glück zum letzten Mal, aber man merkt halt schon einfach, dass wir so gut und so erfolgreich gespielt haben, dass es halt echt passt. Ich glaube, wir haben insgesamt dreimal Rang 1 geschafft, zweimal Rang 2 und ich glaube zweimal, haben wir sieben WLs gespielt, kommt das hin? Ja, das kommt safe in bei 50 Tagen. Das passt ziemlich, ziemlich gut. Wir haben nämlich direkt mit einer WL angefangen in den ersten 1, 2, 3 Tagen und ich glaube, irgendwie zweimal hatten wir so 14 oder 16 Sieger ganz am Anfang der Woche. Ich glaube, sogar eher 14 Sieger. Da haben wir, glaube ich, reingefraudet. Spielerisch bin ich damit sehr zufrieden, vor allem, dass wir halt Rang 1 geholt haben zum Ultimate Tots. Das war halt ultra big. Das hat unseren Verein ja auch nochmal richtig nach vorne geboostet. Natürlich nicht nur wegen Ronaldo, sondern generell. Ja, dann habe ich noch den 91 Plus wöchentlichen Pick gemacht. Ihr seht, da muss ich dann immer wieder ein paar Totskarten abgeben, das, was ich eben erwähnt habe, weil ich habe einfach nicht genügend Vorder- und Rating gezogen aus den ganzen 10x300 Plus beispielsweise. Hier war tatsächlich drei Moments drin, aber im Moment, Cherki, der gar nicht so günstig ist, den hätte ich auch mal eher gebrauchen können, um Butcher zu verlinken. Die hatten wir, das war teilweise mal irgendwie unsere zweitwertvollste Karte zum Lyon-Tots. Das wäre cool gewesen, beides Lyon. Wäre natürlich Mann- und Frauenliga ein bisschen kompliziert gewesen, aber der kostet auch sogar immer noch 200k. Hat halt 5-5, wäre auf jeden Fall eine coole Karte gewesen. Auch hier, wem sage ich das? Passt wahrscheinlich nicht ins Main-Team, weil wir haben schon bessere Karten. Aber wir versuchen es natürlich weiter. Bundesliga, Team of the Season Upgrade Pack, stand beispielsweise als nächstes an. Da hatten wir dann, ja, zumindest, obwohl ich Koblen abgegeben habe, einen Gerasi. Den haben wir auch noch gar nicht gehabt auf dem Account, sonst habe ich den auch mal sehr gerne gespielt. Wir hatten hier einen roten Boniface, den habe ich ein bisschen mal gezockt, der war auch immer sehr gut. Kerasi passt ja sogar in alle Evos rein, dass man den auf eine 96 machen könnte. Der muss auch, glaube ich, komplett gestört sein. Also GG, wenn ihr den habt, das muss ultra, 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 ultra nice gewesen sein. Ja, ich habe mir noch mal so ein paar, ja, so Main-Events angeguckt, was wir denn alles geschafft haben. Wir haben ja angefangen mit Vicky Lopez Evo. Ihr könnt euch, glaube ich, daran erinnern. Ja, die war jetzt noch ein Cancelo-Ultra-Gut eigentlich aus einem Tots-Garantiert-Pack. Aber gut, habe ich halt doppelt. Bringt mir relativ wenig. Da haben wir relativ schnell Hanchko und Zaha gezogen. Mit denen haben wir bis zum Ende viel gespielt. Hanchko, Hanchko, sogar jetzt in der letzten Woche noch Startelf. Dann kam irgendwann Premier League. Da kam dann Rodri mit dazu. Mit Rodri in der IV kam der Erfolg auch. Unter anderem, ich glaube, zur Bundesliga haben wir sogar Rang 1 geholt. Hatten wir dann Boniface, Xavi Simmonds und ich glaube noch jemanden in Rot. Und Boniface haben wir auch ein bisschen gespielt. Sam Kerr wurde irgendwann noch mal im Nachhinein gezogen. Ja, und dann mit La Liga eigentlich durch Rodrigo so unseren, ich würde sagen, Main-Spieler über die ganze Serie. Mit Rodrigo haben wir 70, 80 Spiele gemacht. Klingt nicht viel, ist aber wirklich viel, weil wir natürlich immer wieder unser Team verändert haben. Der war noch mal so ein absoluter Game-Changer, dass wir da wirklich mit Cancelo, mit Carvajal, mit Rodrigo, ja, dass wir da einfach richtig gute Karten hatten. Coins haben wir da natürlich auch immer hin und hin und wieder mal gemacht. Also so würde ich sagen, La Liga war so das Entscheidendste. Wir hatten auch Patri, die Frauenspielerin noch, die uns richtig gut geholfen hat. Und jetzt natürlich durch den roten Ball Werder, das seht ihr hier. Ja, das Team konnten wir jetzt nicht mehr so wirklich upgraden. Ich habe jetzt Declan Rice noch mit auf die Bank getan. Das heißt, wir bleiben am Ende bei 155 Tots stehen. Ich würde sagen, eine sehr respektable Ausbeute. Und, ja, wie gesagt, mit dem Team ging es dann natürlich rein. Ich habe überlegt, was kann ich am besten zocken. Wir hätten jetzt Rival spielen können in Div 8. Das ist, glaube ich, ein bisschen random gewesen. Deswegen habe ich mir gedacht, komm, für den Zuschauer, ja, Hashtag, ich will den Account und euer Instagram-Name und mir auf Insta folgen. Ja, das ist wichtig. Ansonsten seid ihr nicht mit dabei. Seid ihr auch ein treuer Supporter gewinnen. Dann seid ihr auch direkt automatisch für die Wikileaks. Denn ich habe natürlich euch auch noch, ihr bekommt hier das Premium-Komplett-Paket, wo ihr nicht mal die Wikileaks-Quali spielen müsst. Sondern ihr könnt direkt rein starten dann am Wochenende in die WL. Und hier bestenfalls, es gibt ja neue WL-Rewards auch. Seht ihr dann wieder, wenn ich mit meinem Main-Account die WL gespielt habe. Alles Weitere natürlich zur EM-Promo. Ja, kommen wir mal zu Ronaldo. Er kann natürlich nicht nur tolle Jubel machen, sondern, alter, Ronaldo ist ja so geisteskrank gut. Das ist ja Wahnsinn. Also, ich habe ein paar Spiele mit dem jetzt gespielt. Gegner sind auch oft rausgequittet. Und er war so heftig gut. Sein linker Fuß fühlt sich gefühlt an wie fünf Stellenwegfurt. Ich habe halt noch gar nicht so eine richtig teure Totz-Karte gespielt, weil ich einfach nicht so viel Päcklack hatte. Untauschbart. Die Tauschbarnsachen habe ich halt immer verkauft. Messi hatten wir jetzt ja auch. Den habe ich verkauft. Ronaldo, wie gesagt, habe ich jetzt hier behalten. Und es ist, glaube ich, der beste Stimme, den ich bisher gespielt habe. Ich bin eh in FIFA immer schon ein absoluter Ronaldo-Fan gewesen. Schon immer. Er war einfach früher in ganz, 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 ganz vielen Fifas deutlich besser als Messi. Ich glaube, es gab so ein FIFA, so FIFA 20 oder so, wo man so Dragbacks machen musste. Da war Messi mal ein Jahr besser oder ähnlich gut. Sonst, für mich persönlich, auch als ich noch im E-Sport gespielt habe, ja, da war C7 einfach immer noch mal deutlich besser wegen seiner Statur, wegen den Kopfbällen. Hatte ja auch teilweise, wobei, eigentlich hatte Messi oft Rating mehr, weil Messi hatte oft dann auch mal eine 94, Ronaldo mal so eine 93, 92, wie auch immer. Deswegen habe ich mich wirklich gefühlt wie so ein bisschen früher einfach die Gegner mit Ronaldo auseinanderpelzen. Es war sehr geil. Wenn ihr die Coins habt, testet den unbedingt mal. Und an denjenigen Zuschauer, der den Account hier mit nach Hause nimmt. Also, mit Ronaldo sollten schon ein paar Siege in der Wicker League möglich sein. Ich will ihn jetzt nicht zu sehr unter Druck setzen, aber der Mann ist schon wirklich eine absolute Waffe. Foden und Valverde waren ja auch noch neu. Und Koulibaly, die fand ich tatsächlich auch sehr nice. Vor allem, weil Valverde und Rodri, die sind wirklich überall. Also, die sind wirklich überall im Mittelfeld. Die holen so viele Bälle. Und, ja, Giroud muss man halt gucken, wie er damit klarkommt. Könnt ihr einfach mal testen. Die hatte ich dann ein. Roter Fikir. Roter Bellingham. Roter Sarka. Ich glaube, Rote Batscha war auch noch mit am Start. Der konnte auf jeden Fall auch immer ein bisschen zocken. Aber auch hier seht ihr wieder. Ronaldo, das Gameplay ist so clean mit dem Mann. Der kann passen, der kann schießen, der kann dribbeln, der kann köpfen. Der ist einfach der absolut komplette Stürmer. Und, also, Wahnsinn. Ich hätte nicht gedacht, dass mir die Karte nochmal so viel Spaß macht zu dem Zeitpunkt. Aber er ist einfach wirklich top. Er ist einfach wirklich optimal. Und ich bin, okay, es war auch nur die WL Quali. Aber trotzdem, das war zum Beispiel auch einer, der war nicht so schlecht mit dem Team wirklich durchmarschiert. Und ich bin mir auch sicher, dass wir in den nächsten Wochen wieder, ja, in Richtung Rang 1 gespielt hätten. Unser Team ist mittlerweile gut genug. Und so gut, dass es keine Ausreden mehr gibt. Ich habe mich ja oft, oft habe ich euch auch gesagt, ehrlicherweise, 18 Sieger. Ey, wir hätten die 1, 2 Spiele noch mehr geholt, hätten wir noch ein besseres Team. Hätten wir schon vorher mal so ein CR7 gehabt. Oder nochmal so ein Valverde mehr. Wir hätten, glaube ich, nochmal 1, 2 Mal häufiger Rang 1 holen können. Einfach dieser eine Sieg, das sind halt so Spieler, die machen am Ende den Unterschied. Und die machen am Ende, entscheiden die diese 50-50 Games einfach für euch. Deswegen, klar, deswegen kostet der natürlich auch 4 Millionen. Vielleicht zieht ihr ja der eine oder andere in Rot. Das wäre natürlich für euch umso geiler. Im letzten Spiel hatte ich dann nochmal einen, der hat leider beim Stand von 5 zu 0 gleich den, ja, Controller so ein bisschen eingeklemmt. Hat dann irgendwann nochmal ein bisschen weiter gespielt. Ich habe euch nach Tor Nummer 5 dann nicht mehr noch, ja, den Kram weitergezeigt. Hier seht ihr nochmal Ronaldo ein bisschen in Action. Also das ist schon, der Mann ist so ein Cheatcode, wie der sich bewegt. Es ist überragend. Deswegen nimmt er auch dementsprechend den Ball mit nach Hause. 4 Versuche, 3 Tore. Und das soll es dann erstmal gewesen sein. Von meiner Pack to Glory in IFC 24. Wie gesagt, eine weitere Pack to Glory wird es mit Sicherheit dann in IFC 25 geben. Das Format kennt ihr ja, das ist ja so ein bisschen legendär. Dann werden wir das auch wieder machen. Schreibt mir natürlich gerne auch nochmal ein Fazit rein, wie ihr das fandet, dass wir keine Spieler-SPCs gemacht haben. So im Nachhinein mit den Regelungen. Das war ja die Änderung, die wir jetzt hatten. Und ob ihr natürlich auch weitere Verbesserungsvorschläge habt, wie wir das im Format machen können. Die Videos beispielsweise waren auch ein bisschen länger. Ob euch das gefallen hat oder ob ihr sagt, ey, ich würde lieber jeden Tag eine 10-Minuten-Folge haben. Oder es passt für mich auch 2-3 Tage und dann sind es immer so 25, 20, 30 Minuten. Jetzt heute ist es ein bisschen kürzer, weil wir einfach nicht mehr so viel zu tun haben. Aber dazu, ich bin immer dankbar über Feedback. Das wisst ihr. Ich will natürlich mich auch immer wieder verbessern, euch weiteren geilen Content geben. Und ja, das soll es gewesen sein. Vielen Dank für eine geile Serie. Hat Bock immer. Denkt daran, dass ihr mitmacht in den Kommentaren, wenn ihr den Account gewinnen wollt. Und dann sehen wir uns in einem weiteren Video. Bis dann. Tschüss.